Das Thema Altersarmut geht Dich nichts an? Dann schau mal auf Deinen Rentenbescheid. Fakt ist, wer über 30 Jahre lang den aktuellen Mindestlohn verdient, wird im Alter arm sein. Schuld an der Altersarmut ist nicht die demografische Entwicklung, sondern eine unzureichende Arbeitsmarktpolitik. Insbesondere Niedriglöhne und Langzeitarbeitslosigkeit machen ausreichende Beitragszahlungen nahezu unmöglich. Diese Situation gefährdet bereits heute viele Menschen. Doch wir können diese Entwicklung gemeinsam stoppen. Der SoVD zeigt, was sich verändern muss. Denn wir sind lieber nicht arm dran. Was ist mir? Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier.